Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir einmal bei diesem schicken Audi Q3. So, das ist Audi Q3 Baujahr 2011. 155 kW, der 2 Liter. Mittlerweile müssen wir auch schon in die Titelbeschreibung die Motorhubraumanzahl eintippen, weil die Autos sich mittlerweile wiederholen bei dem Golf 5, haben wir es gemerkt. Deswegen sage ich das auch hier in die Kamera. Also, das ist der 2 Liter TFSI, Benziner, 155 kW, Baujahr 2011. Bei dem möchten wir einmal Luftfilter neu machen. Lest ihr ja auch in der Videobeschreibung, habt ihr auch wahrscheinlich gesucht. Ja, geht ganz einfach und deswegen, ich würde sagen, ach so, Kauflink unten in der Videobeschreibung, wenn ihr den Filter nicht habt. Und ich würde sagen, los geht's. So, einmal Motorhaube auf. Dann sehen wir das Ganze hier, den schönen 2 Liter. Der Luftfilter befindet sich hier, hier drunter. Ja, geht ganz einfach. Schrauben wir mal ab und los geht's. Ja, wir benötigen einen 25er Torx. Hier die ganzen Schrauben einmal abschrauben. So, hier etwas schlecht zu sehen, aber hier sind auch welche. Dann können wir das Ganze einmal hochheben und dann sehen wir den Luftfilter schon. Und so sieht das dann aus, wenn der verdreht ist. Wichtig, das Ganze hier jetzt einmal mit einem Staubsauger das Ganze aufsaugen und dann wieder einbauen. Dann Luftfilter. Also wichtig, das Ganze hier mit dem Staubsauger, ich habe das jetzt schon sauber gemacht. Wenn ihr das auspusten möchtet, dann wichtig, das Loch hier zuhalten, damit euch kein Dreck hier reinfällt. Ja, das ist ganz wichtig. Also einen neuen Luftfilter. Wichtig, dass die Schrauben überall vernünftig reinkommen. Wichtig, wenn ihr das Ganze festschraubt, am besten mit Hand das Ganze festschrauben oder halt hier auf die erste Stufe machen oder auf die zweite, dritte Stufe mit dem Akkuschrauber, weil ihr schraubt hier einen Kunststoff rein und dann kann man sich das Ganze kaputt machen. Und deswegen schön mit Gefühl, das Ganze. So. Ja, Leute. Und so kann das Ganze dann aussehen. Ich habe jetzt den alten Luftfilter schon weggeschmissen. Auf jeden Fall, alle 90 G Empfehlung ist es vom Hersteller, alle 90.000 Kilometer den Luftfilter zu wechseln. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat oder weitergeholfen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir werden hier noch den Innenraumfilter wechseln und den Innenraumfilter wechseln. Und Ölwechsel werden wir noch durchführen. Ja, seid dabei. Lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sön壓.